Zum ersten Mal bei Undercover Boss. Ein Geschwisterpaar stellt sich bei Deutschlands größter Babyfachmarktkette dem Experiment. Ich schlaf dich. Bis später, vergiss es. Undercover an vorderster Front. Tut mir leid, aber darfst du gleich nochmal einmachen. Bei Schnelligkeit bin ich bei einer Eins. Bei einer Eins bei Schnelligkeit? Wer schlägt sich besser? Eine neue Folge Undercover Boss. Montag, 20.15 Uhr. 200 Schon